Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Mit einem hartnäckigen Messi, Peru verlor am vierten Spieltag der Qualifikation mit 0 zu 2 gegen Argentinien. Argentinien besiegte Peru in einem Spiel der südamerikanischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 mit 2 zu 0. Lionel Messi war der Star des Spiels und erzielte in der ersten Halbzeit, in der 32. und 42. Minute, im Nationalstadion in Lima zwei Tore. Trotz der Bemühungen Perus, seine Position in den Playoffs zu verbessern, demonstrierte Argentinien über weite Strecken des Spiels seine Dominanz. Messi eröffnete den Torreigen mit einem hohen Schuss aus der Strafraummitte und nutzte dabei eine Flanke von Nico Gonzalez aus. Zehn Minuten später erzielte Messi sein zweites Tor mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze nach einer Flanke von Enzo Fernandes. Die peruanische Nationalmannschaft versuchte, die Aktionen auszubalancieren und startete einige Angriffe aus der Tiefe, konnte die argentinische Abwehr jedoch nicht besiegen. Trotz der Veränderungen in der zweiten Halbzeit behielt Argentinien die Kontrolle über das Spiel und erzielte beinahe ein drittes Tor, das wegen abseits ab erkannt wurde. Das argentinische Team zeigte beim Sieg gegen Peru eine solide Leistung, behauptete seine Führung in der Qualifikation mit 12 von 12 möglichen Punkten und hielt seine Rivalen 5 Punkte entfernt. Argentiniens Sieg in diesem Spiel bringt das Land in eine herausragende Position in der Südamerika-Qualifikation, mit 12 von 12 möglichen Punkten und drei engen Rivalen, die 5 Punkte entfernt sind. Lionel Messi glänzte mit zwei Toren in der ersten Halbzeit und sicherte seiner Mannschaft den Sieg. Peru wiederum konnte trotz einiger Versuche in der ersten Halbzeit den Druck, seine Position in den Qualifikationsrunden zu verbessern, nicht überwinden und bleibt auf dem vorletzten Platz. Das Spiel war Zeuge der argentinischen Dominanz im Spiel, mit klarer Kontrolle über die Aktionen und einer soliden Verteidigung, die verhinderte, dass die peruanischen Versuche das gegnerische Tor gefährden konnten. Trotz der Veränderungen, die Peru in der zweiten Halbzeit vornahm, behielt Argentinien die Kontrolle und holte sich den 2 zu 0 Sieg. Argentinien stellt in der Qualifikation weiterhin seine Qualität unter Beweis und bleibt einer der Favoriten auf die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Lionel Messi war wie immer maßgeblich an der Leistung seiner Mannschaft beteiligt und machte deutlich, warum er als einer der besten Fußballer gilt in der Welt. Welt. Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram